Guten Morgen, Frau Mayer. Guten Morgen, Herr Senfter. Frau Mayer, warum wollen Sie für das italienische Parlament kandidieren? Also zunächst einmal glaube ich, dass Kandidaturen grundsätzlich in Demokratien ein Beitrag dafür sind, dass Demokratie lebendig ist, dass es auch eine echte Wahl gibt und ein Angebot, eine Bereitschaft einer Partei für eine Kandidatur natürlich auch eine Auswahlmöglichkeit schafft und wir Freiheitlichen, wer sich zurückerinnern kann, von 2006 weg haben wir bei Parlamentswahlen regelmäßig kandidiert, auch wenn man sagen muss, dass natürlich die Wahlgesetze nicht unbedingt für kleinere Parteien in Südtirol geschaffen wurden, sondern wirklich Massanzüge für die Südtiroler Volkspartei sind. Aber Frau Mayer, bei dieser Wahl wollen Sie mit der Lega kandidieren oder es gibt Gespräche mit der Lega zu kandidieren. Also von dem her ist es ein ganz anderes Spiel, dass man sagt, ja, jetzt haben wir konkrete Chancen, auch ins Parlament gewählt zu werden. Das ist alles noch nicht entschieden. Heute ist Freitag. Es hätte eigentlich ein Treffen in Mailand stattfinden sollen mit Calderoli. Ich bin das noch nicht gewohnt, diese Verhältnisse, dass man einen Tag vorher wieder absagt. Das ist absolut nicht meine Art und da tue ich mich jetzt schon schwer. Aber es stimmt, als Politikerin bin ich jetzt lange im Landtag. Ich glaube, von mir sagen zu können, freiheitliche Politik, das Programm verkörpere ich, das lebe ich. Ich liebe Politik. Und natürlich auf eine Frage, die in einem Interview kam, was für die Uli Mayer eine politische Herausforderung noch sein könnte, glaube ich, ist es legitim, dass die Uli Mayer sagt, mir würde es schon Spaß machen und eine Herausforderung sein, auf römischer Ebene auch für Südtirol Politik zu machen. Sprechen wir mal über die Lega. Wie passen denn Ihre politischen Vorstellungen mit jener der Lega zusammen? Also gerade im Hinblick auf Zuwanderung, Familienpolitik, Sicherheit, in diesen Themen haben wir selbstverständlich immer eine gemeinsame Linie gehabt. Und diejenigen, die uns zuhören, die sich natürlich noch an die Lega erinnern, die sezessionistischer unterwegs war, für ein Badanien eingestanden ist, hatte natürlich sehr viel mit uns gemeinsam aus dieser Zeit, ist damals auch ein Vertrag beispielsweise entstanden zwischen Freiheitlicher und der Lega für den Freistaatgedanken, der wurde damals unterzeichnet. Ich glaube, dass es in der Lega nach wie vor Kräfte gibt, die für mehr Eigenständigkeit, für mehr Selbstständigkeit stehen und da braucht es auch als kleine Partei natürlich Ansprechpartner. Aber wie passen Sie zum Beispiel mit einem Matteo Salvini zusammen, der die Lega jetzt zu einem gesamtstaatlichen Konstrukt, also zu einer staatsweiten Partei gemacht hat? Wo finden Sie da die Gemeinsamkeiten? Die Gemeinsamkeiten müssen für Südtirol immer sachpolitischer Natur sein und natürlich keine Kompromisse, wenn es um Südtirol geht. Das ist ganz klar. Aber in Sachfragen, glaube ich, dürfte es für die Südtiroler kein großes Geheimnis sein, dass die Freiheitlichen als liberale Mitte-Rechts-Partei natürlich rechten Gruppierungen in sachpolitischen Themen näher stehen als den Linken. Aber in Rom geht es in meinen Augen nicht um Ideologien, sondern um Südtirol, um autonomiepolitische Themen. Und in Sachfragen wird man mit allen Gruppierungen reden müssen, sich austauschen müssen und natürlich dann auch zusammenarbeiten müssen. Aber auch Südtirol als solches, da darf es keine Kompromisse geben. Eben wegen Südtirol. Vergangene Woche war ja Heinrich Oberleiter, einer der Pustra-Puim in Südtirol hier. Und nach seiner Begnadigung, da hat es einen politischen Hickhack gegeben, vor allem auch mit dem stellvertretenden Landeshauptmann und Lega-Politiker Giuliano Vettorato, der das kritisiert hat. Wie wollen Sie mit Vettorato bzw. mit seiner Lega gemeinsam da stehen, wenn für Personen, die Sie ja sehr wohl verteidigen? Vettorato fällt leider immer wieder auf die Masche herein, dass er sich von Urzi treiben lässt. Das ist ganz klar, das ist deren Spiel, das hat mich nicht zu interessieren. Die Aussagen Vettoratos waren überflüssig wie ein Grupp und ich habe ihn auch sofort angerufen und habe gesagt, solche Dinge erleichtern mir natürlich nicht die Kandidatur auf der Liste der Lega. Das ist ganz klar, denn wenn das eure tatsächliche Meinung, euer tatsächlicher Gedanke ist, dann ist es besser, wenn wir es von vornherein lassen. Auch wir Freiheitlichen haben uns immer wieder für die Begnadigung eingesetzt. Da sind aber, das muss man dazu sagen, die Wege aus juristischer Sicht ein bisschen zu wenig betrachtet worden. Und ich denke, natürlich besteht der Wunsch, dass es vielleicht auch andere Begnadigungen, die noch ausstehen, geben könnte, aber auch um Voraussetzungen, das muss man ganz klar sagen. Und das hat man im Fall Oberleiter ganz klar gesehen. Und ohne, dass ich jetzt hier einen Grund hätte, Zeller zu loben oder ihm sogar Rosen zu streuden, Ich muss sagen, Chapeau, in dieser Sache hat er seine Aufgabe gut gemacht. Ob es dann andere auch trifft, das wird sich zeigen. Aber der Zwischenruf, wie gesagt, ist unverständlich und trägt dem eigentlichen Ansinnen nicht Rechnung. Denn es geht weder um neue ethnische Spannungen, sondern um einen Akt der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit. Frau Mayer, wenn man über die Lega spricht, dann muss man auch über Fratelli d'Italia sprechen, Der künftige Koalitionspartner sollte es mit der Rechtsregierung kommen. Sollten Sie nicht nach Rom gewählt werden. Wie wollen Sie denn mit diesen Postfaschisten, also da sind viele auch dabei, die bei Lernzer Nationale und dem MSI waren, wie wollen Sie denn mit ihnen zusammenarbeiten und für die auch stimmen? Das ist für mich eigentlich ganz klar. In Sachen Südtirol gibt es absolut keine Kompromisse von meiner Seite beziehungsweise von Seiten der Freiheitlichen. Und in Sachfragen wird man sich natürlich in einer Demokratie, in der Politik mit allen im Parlament vertretenen Gruppierungen auszutauschen haben, zu diskutieren haben. Und das wird sich auch mit Fratelli d'Italia nicht anders abspielen. Glauben Sie, dass Ihre Wähler das auch anerkennen werden, wenn sie unter so einem Emblem kandidieren, sprich für eine staatliche Partei, wenn da die Uli Maier draufsteht, ist das dann für Freiheitliche wählbar? Schauen Sie, das sind Dinge, wo es jetzt wenig Sinn hat, herumzuspekulieren. Denn ich weiß nicht, ob wir mit einem eigenen Listenzeichen antreten, ob unser Listenzeichen dabei ist. Dass es Menschen gibt, bei denen es nicht gut ankommt, das ist selbstverständlich klar. Aber ich darf Ihnen sagen, es war vielleicht auch ein anderes Ansinnen, dass diese ganze Geschichte frühzeitig in den Medien gelandet ist. Das ist nicht von meiner Seite ausgegangen. Denn es geht hier nicht um einen Posten für die Uli Maier in Rom. Es geht um Gespräche, die zu führen sind, wenn Angebote da sind. Frau Maier, aber wann müssen denn nun diese Gespräche stattfinden? Ja, schnell, schnell. Aber das liegt an der Lege. Die Zeit drängt, denn wir haben immer auch noch die Option, alleine zu gehen. Da sind Unterschriften zu sammeln. Es ist ja nicht so, dass wir viel Zeit und viel Spielraum hätten. Aber das sind eben die italienischen Verhältnisse, die wir alle bestens aus dem Regionalrat kennen. Und daran muss man sich halt noch erst ein bisschen gewöhnen. Aber ich gehe davon aus, dass Montag, Dienstag diese Gespräche stattfinden. Und dann entscheidet die Partei und nicht die Uli Maier. Aber dass es Menschen gibt, die auch Freude damit haben, darf ich Ihnen natürlich auch hier an dieser Stelle sagen. Denn ich bin positiv überrascht, wie viele Menschen sich in den letzten Tagen gemeldet haben, deutscher Muttersprache, die eine Zusammenarbeit begrüßen würden. Gerade weil das Bedürfnis in vielen inhaltlichen, sachpolitischen Themen wie Zuwanderung, Sicherheit und so weiter in Südtirol viele Menschen unter den Nägeln brennen. Am 25. September sind die Wahlen. Sollten Sie da nicht gewählt werden? Nächstes Jahr stehen wieder die Landtagswahlen an. Sie sind seit 2003, also seit fast 20 Jahren im Landtag. Werden Sie dort weitermachen? Oder wie schauen da Ihre politischen Pläne aus? Ich mache gerne Politik für die Menschen, nach wie vor. Und wenn meine Partei es wünscht und der Meinung ist, dass sie mich auch braucht, dann stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung und bin behilflich. Frau Mayer, danke fürs Gespräch. Danke.